Hallo Leute, Servus, Herzlich Willkommen zurück, Boneworks. Nachdem ich jetzt weiß, was mich da unten erwartet, hoffe ich, dass ich diesmal nicht sofort sterbe. Ich habe mich übrigens wieder bis hierher spielen müssen. Das hier ist eine neue Aufnahmesession unter anderem. Ach, die lassen wir erstmal drin. Wir nehmen die. Die war da hinten drin. Ich glaube, die habe ich das letzte Mal vergessen. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Geh du mal da vor. Ist jetzt gestorben. Er ist fucking gestorben, Alter. Na gut. Ich hoffe, ich habe den Timer nicht verkackt. Und ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht zuvor. Oh! Die fallen auch runter. Okay, ja gut, wenn ihr da runterfallen wollt. Irgendwo kamen die. Da kam einer, zum Beispiel. Diesmal kann ich ihm auch Schaden zufügen. Das letzte Mal wirkt das so, als wäre ich dazu nicht in der Lage. Ah! Ah, okay. Ich muss da rüber, glaube ich. Dann tue ich das jetzt auch mal, dass ich da rübergehe. Drive-by. Knarre aus dem Fenster. Na komm. Geh doch. Okay, wir rennen einfach. Das scheint zu klappen. Reblet. Okay, ja. Sieht ganz gut aus. Nicht mal die Headcrap kommt mir hinterher, obwohl die eigentlich schneller sein müssten mit ihren Sprüngen. Sieht schon, wie er despaunt? Keine Ahnung. Juckt auch nicht. Chamber 2. Was ist da? Warum ist da rotes Licht? Wie komme ich da hoch? Oh, ich sehe. Da muss ich anscheinend Climben. Sieht so aus, ja. Cool. Ich habe alle Gegner umgangen, indem ich einfach losgerannt bin. Gut. Das ist eigentlich ganz schillig, dass das geht. Ja. Ich muss hier sowas von hochklappen. Heilige Scheiße. Dann machen wir das. Nehme ich doch mit. Inventory. Kann man das da reinpacken? Nein, kann man nicht. Ach ja, ich habe die Gravity Gun. Ich bin voll honk. Mit der kann man doch eigentlich auch kämpfen. Aber egal. Jetzt muss ich ja eh erstmal klettern. Mit der Gravity Gun müsste ich einen enormen Vorteil jedem gegenüber haben. Da müsste ich jeden einfach komplett wegschmeißen können. Äh. Ist das noch eins, oder? Aua. Ja, das ist noch eins. Wieso habe ich noch eins hier? Soll ich so etwa klettern, oder was? Ähm. Du darfst ruhig hierbleiben. Ich brauche mich nicht hier. Glaube ich. Wenn ich es doch brauche, werde ich es merken. Nein, die Krone will ich bitte behalten. Eh. Danke. Ich musste nicht mal, dass ich es laut auf dem Kopf habe, bis ich das mit der Krone einfach probiert habe. Von daher. Okay. Sind auf dem richtigen Weg. Äh. Hoffe ich, dass es der richtige Weg ist. Auf jeden Fall falle ich zumindest schon mal nicht. Uh. Baby. Da geht es runter. Oh je je. Oh nein, 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 nein. Weg. Ah. Zum Glück wenigstens nicht tot. Das ist schon mal gut. Nicht so gut, dass ich den ganzen Weg jetzt wieder umklettern darf. Ah. Hier mal. Ich schwimme mein Genick. Ah. Komm. Ja. Danke. Halt dich doch auch richtig fest, ey. Ich überprüfe das jetzt, ob ich irgendwo sich auch richtig festhält. Ich muss die Hände angucken so halbwegs. Das hier muss er machen. Dann hält er sich richtig fest. Einfach nur klettern. Geht nicht so gut. Lass dich nicht drauf verlassen. Man muss gucken. Sonsten geht's bergab. So wie jetzt. Bin voll hunk. Ah. Hoffentlich sind aller guten Dinge drei. Sonst pausier ich, bis ich oben bin. Legit, ey. Das tue ich nicht an. Einfach nur klettern. Was denn los? Ah. Guck. Okay. Das tut immer meinem Genick richtig gut hier. Und blind klettern ist bei mir keine Option. So. Jetzt vorsichtig. Genau. Da hat zum Beispiel... Warum hat das schon wieder ins Nichts gegriffen? Wo war das Problem jetzt gerade? Wo war das Problem jetzt gerade? Festhalten, Bruder. Da schon wieder. Da, wieso lässt der los? Da hat's schon wieder losgelassen. Kann ich vielleicht so besser? So geht's anscheinend besser. Dann machen wir's doch so. Bevor er nochmal abrutscht. Mmmh. Ei, 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 ei. Da, abgerutscht. Der rutscht ab hier. Warum? Da brauche ich eine Erklärung für. Vielleicht halte ich nicht zu weit mit, nicht... Ne, das ist... Ich weiß es nicht. Vielleicht hat der Charakter in der linken Hand einfach nicht die Kraft. Vielleicht ist es auch gewollt, damit man hier ein paar Mal runterfällt. Ich weiß es nicht. Davon gehe ich zwar nicht aus, aber ich schließe es momentan noch nicht mehr aus. Hauptsache so geht's. So geht's irgendwie zuverlässiger. Nein, nimm das hier, bitte. Danke. Möchte ich, dass du nochmal fällst und du fällst ansonsten nochmal. Okay, ich bin zumindest schon mal gleich auf der ersten von den Zweien. Gucken wir doch mal, vielleicht gibt's da... Nein, du hättest dich bitte. Nein, da, ja, danke. Da gibt's auf jeden Fall was zu holen, so wie das aussieht. Nein? Ja. So. Gut. Bäh, wie hast du solche Sprünge? Oh Gott. Hm. Was ist das? Oh. Wenn es das ist, was ich glaube, dass es ist. Ist es. Holy fuck, man. Ja, man muss es tatsächlich betätigen. Okay. Cool. Das ist chillig. Ich hoffe, da oben ist ein Reclamation-Bin. Die Dinger möchte ich überall haben. Vor allem im Sandbox. Zum Ding irgendwo hochhangeln, dann eins fallen lassen und von oben die Gegner alle niederschießen. Das stelle ich mir geil vor. Gut. Gucken wir doch mal, wie man hier hochkommt. Ich geh mal kurz ein Stück zurück, weil sich Oculus Ding beschwert, Sicherheitssystem. Kann ich den vielleicht irgendwo einstecken? Ich komm nicht mal ins Inventory ran, so. Fuck. Okay. Muss da rüber. Hm? Ach, kann ja da schon ein bisschen gehen drauf, oder was? Geht das vielleicht schon so? Nein. Den Dingern ist das eigentlich ganz chillig so. Hoppala. Ich hab dich erst der Tor gehauen. Fahre ich mal kurz ein. Ich gucke mal gerade. Ja, die Aufnahme läuft noch. Gut. Das hätte ja unabsichtlich gestoppt werden können eventuell. Gut. Wenn es so auch geht, dann mache ich doch mal so. Was für Scene Select. Okay. Klappt so schon mal nicht so gut. Das scheint mir doch ganz gut zu sein. Ist das Scene Select auch weg? Ja, gut. Nice. Nicht so nice. Wie kann ich das jetzt einstecken? So viele Crowbars. Goodbye, all things. Old myth. Oh mein, da ist der Computer. Inventory. Müssen wir kurz gucken. Ja, das geht da rein. Gut, dann nehme ich mindestens eins von den Dingern mit. Crowbar werde ich glaube ich vielleicht nicht brauchen. Obwohl, außerdem liegen hier so viele rum. Ich weiß nicht. Wenigstens mal anpucken so. Soll ich hier mit da hochklettern oder was? Ah, ich weiß, wie es gedacht ist. Oder ich habe eine Idee, wie es gedacht ist. So. Deswegen auch. Okay. Hey. Das klappt doch eigentlich ganz gut. Dann machen wir das doch weiter so. Weil ich meine, ansonsten ist die Collision Detection nicht so gut. Aber hier, also teilweise. Ich sehe es eigentlich schon ganz gut. Aber teilweise gibt es halt richtige Bugs. Aber hier geht es anscheinend. Zumindest, oder vielleicht geht es auch nur bei Leitern so gut. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Aber, wie es jetzt gerade geht. Zack. Machen wir es doch auch. Zack, zack. Zack. Kann ich das hier reinhängen, bitte? Ja, danke. Ich wollte dich jetzt eigentlich auch reingehängt lassen und hier angreifen. Danke. Damit ich das machen kann. Genau. Ich nehme es trotzdem nochmal mit. Komm. Sicher, sicher. Oh, das ist so schräg hier, dass mir davon ein bisschen übel wird. Das würde mir in echt aber, glaube ich, auch werden, wenn ich auf so einer schrägen Oberfläche stehe. Oh. Hier ist der Bildschirm. Das ist wahrscheinlich ein Skip-Button, oder? Ja. Will ich aber gar nicht betätigen. Hey, da ist die Krober. Hey, das habe ich hier auch. Ja, jetzt sieht man ja aus, mir hier. Nein. Oh, oh. Scheint mir gar nicht mal so gut. Was machen die in meinem Zimmer? Ich dachte, sie sind virtuell. Oh. Und. Nun. Bin ich jetzt fucked? Hab ich mit dem Mikrofon noch? Ja, habe ich. Ups. Sorry für den Sound. Ihr. Alle. Polt ihr. Oh, das sind die Credits. Ich vertraue euch trotzdem nicht. Auch wenn die Credits laufen. Das war das letzte Mal kurz vorm Ende, dass ich nochmal den Part wenden musste. Additional. Naja. Ich finde das ein gutes Spiel. Mir gefällt es sehr. Holy fuck, man. Könnte ich das mit allen machen hier? Ja. Also ich. Ich finde es hat einen sehr hohen Widerspielwert. Ich meine, es ist mit Sicherheit nicht perfekt. Aber. Ich finde es sehr gut. Gerade eben wegen diesem realistischen Gameplay. So was Waffen angeht. Ich bin der übelste Waffenfan. Dann noch Physik. Bin ich auch großer Fan. Und die klappte ich ja auch. Meistens ganz gut. Wenn jetzt nicht gerade die Framerates einbrechen. Und. Ja, nachdem das Gameplay so im Vordergrund steht, hat das halt einen riesigen Widerspielwert für mich. Also auch die Story, weil die Story ist auch ganz nett, aber das Gameplay steht massiv im Vordergrund. Und nachdem man ja auch immer wieder anders spielen kann, steht das für mich gut im Vordergrund hier. Äh, ist für mich das auch. Ja, steht für mich im Vordergrund. Ist halt, äh. Ja. Ich denke mal, ihr wisst, was ich sagen wollte. Ich habe jetzt gerade den Faden verloren. Dadurch, dass ich hier diese Box habe. Jetzt. Pardon, ich muss sie mir eben aufboxen. Na komm, lass dich aufboxen. Mhm. Das sieht doch aus wie ein Arena-Modul, habe ich das Gefühl. Ja. Arena Fantasyland. Äh, ja. Aha, Vorlage. Wie sie aussieht. Also ich glaube, das werde ich auf jeden Fall in meiner Freizeit auch die Story nochmal spielen. Und mal gucken, was ich noch so übersehen habe. Vielleicht werde ich ein paar Dinge sammeln. Für den Arena-Modus werde ich mir allerdings einen vollständigen Spielstand runterladen. Ähm, weil ich habe nicht alles freigeschaltet und I can't be arsed, dass ich das selber mache. Jetzt gucke ich mal nur kurz, dass das Kabel sich hier intakt. Und wie lange die Aufnahme noch geht. Okay. So um die fünf Minuten. Jetzt würde ich sagen, das Spiel ist ja hier vorbei, der Story-Modus. Und jeder, in dem es nicht interessiert, der kann jetzt auch schon wegschalten. Aber, was ich jetzt noch möchte, ist den Arena-Modus testen. Und jeder, den es interessiert, der kann gern dranbleiben. Ich möchte mal gucken, wie der jetzt funktioniert. Ich habe ja null Ahnung. Okay. Survival. Ich habe hier null Waffen freigeschaltet. Das heißt, man kann sich die anpassen. Das sind drei Waffen von verschiedenen Enemies. Das ist alles, was hier anscheinend drin ist momentan. Aber hey. Survival. Wronges Survival. Okay. Allies. 0, 1, 2, 3. Oh, cool. Dann machen wir doch mal drei Allies. Und wir starten einfach mal ein kleines Survival. Auf easy. Ja, das klingt doch gut. Ich habe nicht eine Waffe. Da sind die Allies. Was ist das? Ah. Da gibt es die Waffen. Okay. Oh, und wie es aussieht, ist das die Waffe, die ich kriege. Nun denn. Okay, das ist die. Gut. Machen wir das doch mal. Und gucken wir mal. Wie weit ich komme. Wahrscheinlich sterbe ich direkt, weil ich auch nicht mehr so wirklich in Übung bin. Okay. Anscheinend auch noch nicht direkt. Okay, der ist tot. Was ist das hier? Ach, das ist wahrscheinlich der Stopp-Knopf. Den möchte ich jetzt nicht betätigen. Hinter euch sind so ein paar, ne? Okay. Der Waffe ist schwieriger als mit der Pistole. Ah, fuck. Ich habe keine Munition mehr. Kann das sein? Ja, das ist so. Ja. Okay. Ich bin ohne Munition da reingegangen. Ich habe nur die... Das bisschen gekriegt anscheinend. Ein Magazin, ey. Okay, gut. Da darf man echt nicht verschwenden im Arena-Modus. Ich teste mal gerade, ob man wirklich damit abbrechen kann. Oh, ja. Geht. Okay, damit kann man jederzeit unterbrechen. Hier ist exakt null Waffenauswahl. Interessant. Ich dachte, das wäre auch... Kills one. Ja. Damage taken drei. Damage stellt ten. Pull is fired 26. Ja, das ganze Magazin habe ich leer geschossen. Favorite Weapon. Ja, ist jetzt nicht meine Favorite Weapon, sondern ich habe einfach nur... ...die gekriegt, ne? So. Und jetzt gucke ich noch kurz in Sandbox. Was ich neu freigeschaltet habe. Sandbox. Ich meine... Allzu viel war es jetzt eh nicht mehr. Das meiste hatte ich schon, aber... Mal gucken kann man ja trotzdem. Nehmen wir erst mal ein bisschen Muni hier. Das ist nicht lieber für dich haben wollte, das hier. Das hier nur mal eben meine Lieblingspistole. Okay. Das ist Nachtsicht. So. Utilities. Gucken wir mal. Das sind alle Waffen, die es gibt. Also nicht, die es gibt, die ich freigeschaltet habe. Sword Noodle Hawk. NPCs habe ich noch immer nur den einen. Aber das werde ich auch bald ändern durch den Spielstand, den ich mir downloaden werde. Blades. Chefknife. Ach ja, das war wahrscheinlich... Ja, war es. Okay. Andere Hand, danke. Gadgets. Das Flashlight. Na ja, ich sollte vielleicht auch die Waffe benutzen dafür. Klug von mir. Da ist die MP5K mit Flashlight. Nun denn, schalten wir doch auf Nullbody und killen noch ein paar von denen. Aber, kann man hier irgendwie dunkel machen? Wahrscheinlich nicht. Ich probiere mal nochmal. Was ist das hier? Gar nichts. Okay. Da gibt es mal extra Munition, das weiß ich schon. Die fällt dann da so einfach raus. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwas betätigen kann. Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Okay, anscheinend nichts. Gehen wir mal ganz darüber. Ich glaube, da waren Nullbodies. Jo, sind sie auch. Noch immer. Das hier geht schon nicht mehr. Ja, ich habe die anderen Gegner alle nicht gefunden bisher. Kann man sich davon eigentlich selbst blenden? Ein bisschen. Gar nicht so viel tatsächlich. Okay. Ist von innen gar nicht so weit, wie ich erwartet hatte. Wie es normal ansonsten ist bei Spielen. Ist aber auch nicht gedacht, sich selbst in die Fresse zu leuchten, glaube ich. Okay. Legen wir die mal da hin. Schießen ein bisschen. Das ist eh das Beste, dass man einfach so einen Runden schießen kann. Das funktioniert auch schon. Ich will euch mal mit dem Magazin abwerfen. Komm, ich will wissen, ob euch ein Magazin wehtut. Wieso weicht ihr ein Magazin aus? Ja, es tut ihnen weh. Geil. Da mache ich es halt so. Wenn ihr immer ausweicht, muss ich da wohl doch schießen. Das Magazin. Komm, lass dich treffen. Ach Gott, ich bin dumm. Mach die... Ja, mache ich auch gleich. Okay, der ist tot. Zack. Pam. Jetzt mache ich meine Stimme aus, weil die sonst nervig wird. STRG und 1. Dann hoffe ich, euch hat das Let's Play gefallen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, vielleicht von der Sandbox oder von der Arena Mode, dann sagt mir gerne Bescheid. Dann mache ich das sicher auch mal. Und vielleicht sieht man sich wieder im nächsten Let's Play. Haut rein, Leute. Tschüss. Dann machen wir einen